Was zur Hölle? Was? Hallo! Wer ist hinter der Flagge? Das sind die beiden hinter der Flagge, sag ich! Ja, ja, das sind die! Klingel! NOOOOO! Das ist krass. Das ist krass. Trigger. Jungen, was zur Hölle, bro? Kom, Mann! Oh, mein Gott! Das war's, meine Damen und Herren. Oh mein Gott, das war gefährlich, weil so Schottenrücken ist gefährlich, ein Monat, krass. Ein Monat weg ist schon krass, ein Monat, Bruder? War das gerechtfertigt? Drei Mal nur für den Chat, was richtig schnell ist. So schnell ihr könnt. Drei, zwei, eins. Was haben Sie, wenn man mal diesen irischen Tanz zu checkt? Ich liebe euch. Ich liebe euch. krank hat sogar schottland rekord ich frage mich haben die wohl unterhosen gerade an danke für alle subs danke für 100.000 steff dankeschön für den zweiten wie viel zuschauer 30k bruder 30k krass jetzt schon peak was sie jemals erreicht haben war 45k alvatulch kommt nicht hinterher ernst krass es ist wirklich es gucken so viele den stream dass twitch nicht hinterherkommt ich habe internet leitung ist perfekt bei mir chat ist 500 download gut und 100 upload ist gut oder also ich habe 110 upload 525 download twitch kommt nicht hinterher hängt 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 nein die verarschen uns das habe ich vermisst ich schwöre dann hängt nein hängt nicht die verarschen uns wieder die wollen uns verarschen ich bin einfach wieder auf twitch alter das ist schon schiss einfach diese faden im chat einfach keine beleidigung ey die sind ohne seite ihre hose gegangen ey wir müssen uns nicht wieder gehen wir machen das eigentlich lassen ich renne dich schon hinterher warte guck mal oh ey ey ich habe einen faden ist das bezerrt oder nicht passt alles passt alles digga warum sind da so trikots hingeklebt also was soll das für ein hintergrund sein cd jungen komm mal her woher rennst du mal 100 zaps von cd 100 zaps baby 100 zaps warum legt das jetzt schon wieder ja hängt nicht hängt nicht hängt nicht fußballfans ja bruder ich küsse dein herz fußballfans hin oder her guck mal wie das da dran geklebt ist das ist bruder das ist auf jeden fall kein fan bruder das ist wenn man fußball hasst hinten hängt man das so auf er ist richtig leise das ist einfach deren stream ist so leise chat das war schon immer so bei denen die haben immer so was schlechtes eingestellt als ich bei denen war musste ich das selber lauter machen was das für ein t-shirt thomas müller t-shirt oh mein gott aber geht oder nicht ist nicht schlimm chat wir gucken einfach weiter 100 zaps von cd ne läuft doch perfekt bei mir läuft's gut 3 euro und 33 cent gespendet ihr seid nicht im studio wo soll es so hey chocka thank you very much alter ey alles kaputt hier alles kaputt hier in diesem drecksloch alter ja ok freunde auf jeden fall was wir vorbereitet haben freunde was richtig sexyhaftes haben wir uns auf diesen stream gefreut das mikrofon ist kaputt ja ich schwöre das mikrofon hängt ton und guck mal wie das hier auch aussieht oder aber ist auch egal freunde guck mal heute guck mal wie schwierig hat das denn misst warte kommt der mit seinem paragrafen die sind einfach so leise die sind nicht im studio meint ihr die wurden auseinander genommen ja ey halt deine fresse paragrafenzeichen 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 ja dann kommt schon der nächste mit paragrafenzeichen oh mein gott schickt die auf ja ja dann ist 13 heute ok guck mal ich erzähl ich mal warte ganz kurz wenn es ein bisschen leckt ein bisschen echo Freunde tut uns leid guckt einfach weiter hauptsache ihr seht versprochen wir kaufen uns ein neues setup wir sind ja back auf twitch lasst uns einfach gute launen haben gute vibes haben Freunde wir bringen heute ein Flugzeug ins Studio aber dafür haben wir noch was vieles gemacht Freunde wie gesagt an alle die hier drin sind ne am ende des streams gibt's dann eine schöne Playstation 5 von uns von uns für euch guck mal warte mal ich freu mich so auf twitch wir brauchen ein bisschen guck mal das war eine coole Musik aber es gibt auch coolere Musik aber es gibt auch coolere Musik es gibt auch viel coolere Musik weißt du aber ich will mit guter Energie reinkommen weißt du was ich meine ey kein Paragraph warte mal hör mal zu ich will mit mit so einer richtig coolen Musik reinkommen und deswegen haben wir ein Special jetzt vorbereitet Freunde ich hab so Hunger Chat ne ernst langsam krieg ich das nicht mehr hin ohne Essen die Musik ist auch cool aber wir haben eine coole Musik sieh du live act ich hab einen Lieblings Song jeder von euch kennt den ich hab einen ich hab einen ich hab einen ich hab ducks wie will die Irrsinn 90 Cent gespendet. Lass krachen, die Jungs. Hey, hey, warte, warte, warte! Das hat er geschickt, Junge! Hey, der hat das geschickt, man! Chill, chill! Ich hör so viele Stimmen, ich hör so viele Stimmen! Ich hör so viele Stimmen, Junge! Ja, hey, Chat, komm hoch! Warum hängt das? Bruder, 30k Zuschauer, ohne dass das Flugzeug da ist, ist krass! Einer schreibt in Chat, sieh du, der 80, ist das krass! Respektlos! Hamid, kannst du mal Formel 1 spielen? Nein! Ich hab euch vermisst, es kommt kein Lister! Macht einen fetten Applaus! Die Maus ist auch weg! Freunde! Wir sind zurück, ich liebe euch! Und somit, ein fetten Applaus für S-I-D-O! Wer ist das, Chat? Wer ist das? S-I-D-O? Oh, Freunde! Ich sag mal Spaß! Ich sag mal Spaß! Hey! Das ist Playback! Das ist Playback! Alles zusammen, Chef! Alles zusammen! W-W-W für S-I-D-O! Drei! Zwei! Zwei! Drei! Zwei! Eins! Ich bin so dumm, ich dachte, man hört ihn jetzt nicht mehr, weil er das Mikrofon abgegeben hat! Ich bin ein bisschen dumm, Digger! Ich schwöre, manchmal habe ich so Brain Legs! Er gibt den Staubsauger ab, ich denke, jetzt hört man ihn nicht mehr! Ende! Ehhh! Zwei! Zwei! Zwei winz-und-storbsgat! Fragt einfach nicht, wie viel das hier bekommen hat, Freunde! Ich schwöre auch! Ey, ich bin wirklich wie das hier auszieht! Leute wie sieht das hier aus? Sie haben extra viel sauber gemacht! 3 euro und 33 Cent gespendet! Jordan ist Kacke und Lünner! Ich bin echt hier! Wir haben es sauber gemacht... Also für die sind wir ein bisschen, wir haben hier ein paar Flecken... Oh, zuziehen heute drei Euro und 33 Cent gespendet! Ich liebe dich, Jordan! Schwarzes Herz! Ich bin wirklich hier, Leute. Ich bin ein riesen Fan. Ich bin ein riesen Fan und jetzt bin ich hier. Hallo, hallo, Chad. Herr Edgenstein hat 3,33 Cent gespendet. Siehe der Westermann und Jordan. Was? Warum ich nicht? Okay, Sieh, ich habe eine wichtige Frage. Sag, ich weiß nicht, die Frage. Ich will das gar nicht aussprechen, aber Dortmund oder Bayern? Oder Bayern, sag nichts Falsches. Dortmund. Also, von der Gegend her, weil ich vor dem Fußball nicht so richtig Ahnung habe, eher Dortmund. Wie du? Was ist schon, ne? Ich bin raus. Bye, bye. Tschau. Tschüss. Ja, aber Thomas Müller ist cool. Oh, liebe Sie. Ich bin hier. Ich liebe Sie, du, ja. Chad. Ich bin wirklich hier. Ein Verkauf, nur ein Fünf-Saps, an die Kommune. Fünf-Saps, Junge. Spend mal 100 für Sie, du, Junge. Ah, ist egal. Er regt dich auf über fünf Subs. Aber der tält mich, Leute. Hier ist eine Tastatur. Ich schwöre, es ist eine Tastatur, Chad. Ich schwöre, es ist eine Tastatur von hier oder von euch. Hat es 3 Euro, du gar nicht 30 Cent gespendet. Entschuldigung, ich habe geglaubt, dass das alles so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das ist so. Da ist auch dieser Stuhl, wo ihr den Fisch drauf aufgemacht habt. Wer striecht denn nach dem Fisch? Der Kommune hat 4 Euro und 20 Cent gespendet. Hallo, Chad. Ich bin da, Leute, ich bin da. Was ist die, Leute? Ich bringe ein Flugzeug rein. Ich bringe ein Flugzeug rein, aber danach möchte ich einmal gegen die Kuh verschwinden. Man hört die halt nicht so leu... Es liegt an denen, Chad. Es liegt nicht an mir. Das ist ein guter Kollege von mir. Oh, Chad, ja. Wie viel Geld haben die noch einmal? Kann ich auch meinen eigenen Song einfach abspielen? Ah, nee, es gibt nur bestimmte. Skibidi? Salam Aleikum? Ronaldo? Jungen Bock nicht. Hajo kann, aber ja, aber das ist doch nicht zur Auswahl. Okay, wir bringen ein Flugzeug rein, Freunde. Der Kommt unterfizial, hat 3 Euro und 30 Cent gespendet. Wie der beste macht. Doch, er kann selber reinmachen. Ja, Hajo, mach mal. Leute, das ist so dreckig hier, Leute. Ja, 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 ja. Hajo, mach einen Sound, wo ich leck meine Eier... Leck meine Eier, sage. Leck meine Eier! Brauchst du den Sound? Soll ich den Sound erstmal machen ins Mikrofon? Paragraphenzeichen. Digger, wir können das selber reinmachen. Soll ich den Sound... Ja, okay, 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 okay. Chat, wir sagen jetzt den Sound. Nimm auf, nimm auf, Hajo. Nimm auf. Ich hab geübt für diesen Tag, Chat. Leck meine Eier! Nochmal, nochmal, der war nicht, der war nicht. Nochmal. Leck meine Eier! Bumm, Digger! Uff. Leck meine Eier! Der war's, oder, Chat? Der letzte. Der letzte war's! Der letzte war's! Der letzte war's! Nimm den letzten, Hajo. Und Hajo, mach den danach auch noch rein. Warte, warte. Ich kann einfach theoretisch mit den Reden, ne? Sieh, du leck meine Eier! Mach den rein! Mach den rein auch! Beide! Einmal nochmal, leck meine Eier. Und den Sieh, du leck meine Eier. Machst du nur kurz rein und wir löschen den schnell, damit die das nicht checken. Zeichen, Paragraphenzeichen. Wollen die euch damit ärgern, ja, ne? Ja, klar. Hajo, sag, wenn du den drin hast. Kann man nicht irgendwie stumm stellen? Nein, die dürfen das jetzt nicht stumm machen. Sieh, du die lieben dich an. Sieh, du die lieben dich an. Die haben nicht gedacht, dass ich komme, ne? Nee. Paragraphenzeichen. Ich verstehe nicht, warum das gerade zöner ist. Weil wir müssen einmal rein und raus. Paragraphenzeichen. 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 Ja, klar. Okay, okay, Chit. Hajo, mach Sidos nicht. Warum? Chit. Wollt ihr ja Paragraphenzeichen? Nee, die haben alles so für Zeichen. Ich meine, das ist hier gestunken. Ich weiß, warum nicht. Das Ding ist, diese Tastatur geht nicht mal. So, Freunde, wir fangen jetzt einfach an. Wir holen ein... Jetzt ist es soweit, ne? Es ist soweit. Sie sagen es jetzt. Es war so ein Aufwand, ihr glaubt es nicht, Chit. Ey, ganz wichtig. Ein Flugzeug, ich erkläre euch das mal, ne? Hat eine Spannweite von neun Meter. Wirklich, Chit, ne? Nicht jeder. Also das Flugzeug hat eine Spannweite von neun Meter. Und das passt ja nicht in die Studio. Was haben die Idioten gemacht? Den einen Flügel abgemacht. Abgemacht, na klar. Sound ist mute. Glaubt, der wurde nicht abgespielt von dem einen. Auch ein Riesen-Dank an den Piloten. Wir haben extra einen Flügel abgenommen. Die haben den Sound stumm geschalten, wegen Paragrafenzeichen. Nein, die Leute haben gekackt, Chit. Unser Plan geht nicht auf. Miss, vielleicht machen die es gleich nochmal. Aber mach trotzdem schon mal, Hajo. Shit, Chit. Wir müssen warten, bis es geht. Chit, habt ihr Bock auf Flugzeug oder nicht? Paragrafenzeichen, Paragrafenzeichen. Aber ich hab auch Bock gegen Silo FIFA zu spielen. Was denkst du, der Bester? Weil der Bester FIFA ist? Ich oder Jordan? Ich kann doch gar nicht. FIFA kann ja nicht. Ich? FIFA kannst du nicht. Aber du kannst gut verlieren. Du bist immer gut gut verlieren. Okay, Silo. Zum Glück spielen wir gleich. Wir spielen nur meinen Hotchip. Ne, sag ich nicht. Ich fühle mich noch gar nicht auf. Okay, Freunde. Seid ihr ready für Flugzeug, Freunde? Ey, warte. Ich mach euch mit. Ich will nicht sagen, habt ihr Bock auf den Flugzeug-Chat? Ich hab Bock noch. Ey, Silo. Ich liebe dich ja. Ey, das ist wirklich ein Flugzeug-Chat. Guck mal, ihr müsst euch vorstellen, da passen nur zwei Leute rein. Aber der Pilot, ne? Ich bin der Pilot übrigens. Weil ich hab mein Flugführerschein. Ich schwöre euch am Flugführerschein. Was? Flugführerschein? Wie geht das? Flugführerschein? Ja. Oder wer... Flugführerschein? Bro, Twitch kriegt das nicht hin mit dem Stream. Ich glaube, wenn mein Internet nicht stabil wäre, dann könnte ich das gar nicht gucken. Propeller stehen, weißt du? Ja. Weißt du, wenn wir noch nicht am Propeller stehen? Nee. 32.000 Zuschauer. Boah, das ist crazy. Guck, die schreiben alle, lag, hängt und so. Oder vielleicht ist es auch deren Internetleitungen. Es liegt gar nicht an Twitch. Das könnte auch sein. Freunde. Auf drei, wenn ich runterziele, machen wir den Motor an. Geht das? Okay, Chat, seid die Leute. Die glauben mir noch nicht, aber ich bin auch da, Leute. Ich bin auch da, dann kommt auch Flugzeug, kommt auch wirklich. Freunde, wir zählen alles zusammen. Bro. Ja, ja, okay, das ist bei allen. Seid ihr ready, Chat? Seid ihr ready? John, bist du ready? Es geht los. John, warte, bist du ready? Geht's direkt los, oder was? Bezähl, haben wir runter. Freunde, seid ihr ready? Drei, zwei, eins. Was ist das? Das ist kein Flugzeug, oder? Bro, ich sehe irgendwelche Blinker. Oh mein Gott, Bro, die Luft. Warte mal. Shit! Warte, ey, wir müssen den reinschieben. Ey, der holt, der holt, der holt. Hat der keine Handballen? Okay, wir dürfen jetzt rein, ne? Wollen wir uns sicher drüben, das ist alles sicher. Dürfen wir jetzt rein? Shit. Bro, da war ein fucking Flugzeug hier drin. Ey, fuck. Oh, warte, 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 warte. Warte, ich muss den von da reinschieben. Digger, ist das krank, Digger. Ist das krank, Digger. Darf ich das jetzt da so abwarten? John, komm mal her. Warte, warte, warte. Warte. Du musst das von hinten schieben, Bruder. Schieb doch. Bro, wir haben ein scheiß Flugzeug hier drin. Schieb doch rein, Junge. Warte, warte. Drei, zwei, eins. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Warte, 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 warte. Oh, mein Gott. Bruder, was? Wie geht das? Oh, mein Gott. Ey, warte, ich bin einmal da drin. Ich bin nicht schlecht. Nicht sehr. Ich bin einmal da drin. Ich störe, ich bin einmal da drin. Wie geht das? Ja, ich stehe das Flugzeug hier drin, Junge. Digga, das ist krank. Das ist wirklich krank. Warte. Das ist noch so viel krasser als der Panzer, ne? Gott. Ey, ich hätte den Ruf eigentlich. Hat der keine Ruf gehabt? Kannst du den Lichter anmachen oder so? Nee, auch nicht. Hat der keine Lichter? Nee, nicht mehr gerade drüben. Achso, der Lüttere sitzt aber noch. Ihr müsst einmal einen beschränzen. Ey, krass. Warum kann man da nicht reinzoomen, ja? Du musst reindrehen. Und jetzt macht man einen Screenshot. Jetzt, jetzt, ne? Jetzt macht man einen Screenshot, ja. Jetzt macht man einen Screenshot, ja. Warum hat er gesumt? Digga, das ist wirklich krank. Ey, Hajo, du hast die Leck-Meine-Eier-Ding verkackt. Nicht machen, Bruder. Er hat's getestet unter dich. Aber es ist drin. Leck-Meine-Eier ist drin. Hast du auch Sido-Leck-Meine-Eier drin? Nichts, kommt alle rüber. Auf. Vielleicht platten und starten nicht. Mit Joel unterschließen. Dürfen wir den einfach kriegen? Kommt alle. Wir müssen alle weg, Chet. Wir machen für euch einmal den Propeller an, ja? Nur für euch, okay? Ey, weißt du mal, das ist voll schade. So ein Aufwand nur für fünf Minuten eigentlich immer, ne? Ja. Scheiße, Mann. Das ist halt, ihr, ihr reißt nicht das Maul auf und haltet das dann nicht. Ihr sagt, Sido kommt, ich bin da. War nicht teuer, oder? So teuer war das. Nee, so teuer war das nicht. Ich ging eigentlich, ja. Und ein Flugzeug halt auch da. Also die labern keine Scheiße, die. Oh mein. So als nächstes reinholt. Ja, mein Flugzeug. Ich schwöre, als nächstes ein Helikopter, aber der muss. Oder was sagst du? Als nächstes würde ich sagen, Tupac. Tupac? Einer muss kacken. Okay, weißt du, was wir machen? Das bestimmt auf einer Diddy-Party irgendwo. Hast du Kontakt mit Tupac? Nee. Kennst du den? Nein. Echt? Hä, das ist so. Ja, ich weiß nicht, ich frag keinen. Nee. Guck mal, ich hab einen Deal, Sido. Lange nicht mehr gesprochen mit Tupac. Du sagst, was wir als nächstes reinbringen sollen. Ja. Und wir machen das. Dein Wort ist jetzt irgendwann der nächste. Kann das lebendig sein, oder? Kann auch lebendig sein. Ich wär für Elefant. Elefant. Okay, Chad, Elefant wird irgendwann kommen, ja? Irgendwann wird Elefant kommen. Aber so ein Mini-Elefant, so ein Riesending kriegst du gar nicht rein. Wie, du willst ein Baby oder ein Riesen? Also, wer reiht hier drauf? Ich. Ich komm auf den Bühne verwendet. Okay, Sido kommt mit der Elefant rein, Chad. Okay, das ist ein Deal. Pass auf. Kriegen wir den Propeller an. Okay, guck mal, jetzt haben wir dafür aufgenommen, jetzt müssen wir ihn wieder rausschicken. Digger, Elefant ist krank. Bro, es ist, also, es wird immer schlimmer, ne, bei denen? Wir machen einmal den Propeller an, ja? Schick mal den nach hinten. Ja, warte mal. Ich schick mal schon selber. Okay, es ist halt wie lange so gefasst, ja. Einfach Flügel abgemacht, Chad, habt ihr das gesehen? Hör einfach Flügel abgemacht. Ja, ey, jetzt müssen wir aber alles weg, ne? Okay, wir dürfen. Chad, ich will einfach richtig schnell drehen. Hier dürfen wir stehen. Das Problem ist... Nein, Mann. Wir müssen dahinter stehen. Hier dürfen wir stehen. Hier dürfen wir stehen. Hier darf er ja stehen, oder? Ja, eigentlich, wir dürfen wir stehen, oder? Ja, eigentlich, wir dürfen wir stehen, oder? Ja, eigentlich, wir dürfen wir stehen, oder? Passt das? Wie viele Zuschauer, bitte? 30k. Aber hatten die gerade mehr? Die hatten safe gerade mehr, oder? 3, 2, 1. Digga, der soll mal da mit reinfahren. Das ist ja geil. Der ist so früh gestoppt. 36. War das ernst gemeint jetzt? Es leckt halt bei denen die ganze Zeit, ne? Ja, mach doch, keine Ahnung, ich, 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 ihr gewinnt sowieso. Ich dachte, ich bin schlecht. Ja, du bist schlecht. Also, würdest du ja theoretisch gegen mich gewinnen. Ja, könnte ich schaffen. Ich hab noch nie FIFA gespielt, aber ich glaube... Die sollen mal den Sound wieder anmachen. Okay, ey, danke auch einmal an den Pilot, ja? Danke an den Pilot, du bist der Beste. Ich schwöre, Freunde, es war wirklich so ein Riesenaufwand, ja? Ey, 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 das Flugzeug rollt. Schick den doch. Achso, guten Tag. Tschüss, danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, weiter. Okay, Freunde. Ja, das ist das, das ist das Ding. Ey, was ist ein Abflug? Wir haben jetzt einfach ein Flugzeug hier drin gehabt, aber wir haben nur eine Sache. Ey, und, 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 und Schotten waren auch da. Schotten waren auch da. Die Sido war auch da. Schotte, fuck up. Jetzt noch FIFA gegen Sie, so schöner geht's doch gar nicht. Schöner kann er leben, doch nicht. Die Schotten waren aber irgendwie, äh... Gehypter als der Pilot, ne? Der Pilot war so... Ja, ich verbring das jetzt weg, ne? Ich verbring das jetzt... Bro, was ich mach, ich frag dich ernsthaft, Sido. Bro, was haben die für eine Internetverbindung da? Warum könnt ihr, ich spiele nicht ihr beide und ich wette, wer gewonnen hat. Und wenn ich verloren hab, ist es so schön. Ich muss spielen? Sie müssen mir das kurz mal erklären. Hast du schon mal einen Hotchip gegessen? Ich hab schon mal einen Hotchip gegessen, ja. Brolle, sollen Sie doch einen Hotchip essen? Es ist Hotchip zum Frühstück. Echt? Ja, klar. Oh, ein ekelhafter Stuhl. Digga, was ist das für ein Stuhl, Bruder? Digga, gar keine Rollen. Wo war der, wo habt ihr den Fisch aufgemacht? Das ist ja alle schon. Der Fisch war hier. Aber ich nehme mit Lehne natürlich. Wie sie du willst. Wie sie du willst. Aber ich verstehe nicht, warum das lenkt. Ja, das ist einfach, das muss man einfach nur mal rein und rausstecken eigentlich. Ruf an, nein, nein, das... Ich kann denen das doch auch nicht erklären, wie das besser wird. Ich kann denen das nicht erklären. Mensch, wenn das nicht funktioniert, wenn das leckt, dann leckt es, dann ist die Internetverbindung von denen gar nicht gut. Oh mein Gott. Ey, das war deine Schrift, Bruder. Du hast doch gesagt, ich soll nicht. Ich hab dir den kaputt Schlürge gegeben. Ja, Samy hat dir den kaputt... Junge, ja. Wenn du es jetzt auf den Hotchip noch anziehen. Junge, ja. Okay, Zine. Ey, du musst Playstation auch machen, ne? Ich habe nicht. Okay, wir machen so eine Halbzeit, ich gegen dich und eine Halbzeit John gegen dich. Ja, na klar, gut. Und wir sind ein Team, wenn du gewinnst... Digga, ich habe so Hunger, Chat, ne? Ich schwöre, ich kriege das nicht mehr hin, ne? Ich habe dann drei Tage nichts gegessen. Ich kann... Ich kann erst ab so 23 Uhr noch was bestellen. Die Frage ist, ob da noch irgendwas auf hat. Jordan! Ich rufe mal meinen Bruder an und frage, ob das zählt. Wieso isst du nichts? Ja, wegen, äh... Oh, wo ist meine Maus? Ey, was ist, wenn Thomas Müller auf dem Elefanten reingerittet kommt? Wäre das nicht der Traum, überhaupt? Der Traum... Guck mal, das wäre mein Traum. Hast du Thomas Müller schon mal getroffen? Nein, leider nicht. Was meinst du, wie Thomas Müller riecht? Ich glaube, der riecht nach... ein bisschen Sergios, auch ein bisschen auf Schweiß. Ich rufe mal meinen Bruder an und frage, ob das legitim ist, wenn ich heute Abend schon esse. Bisschen Leder auf der Außen. Bisschen Leder. Bisschen auch so nach, äh, Büro, glaube ich. Ihr komm? Büro? Ja, ein bisschen nach Büro. So Papier, Drucker, Drucker, Papier. Drucker, Farbe, ja. Aber ich hoffe, ich hoffe, ich werde es herausfinden. Ich hoffe. Yo. Roch? Ja, Sula, wie riechst du? Ähm, darf ich heute, äh... nach 0 Uhr schon was essen? Ja, safe. Hast du auch gemacht? Ja. Nach 0 Uhr sowas Kleines, sowas Sneaken. Ja, ja, safe. Dann hast du ja drei Tage. Ich hab gestern, hab ich durchgehalten, Digga. Ja, killer, Diggi. Heute hab ich so Bock, Digga. Ich stehe hier, Mann. Nach 0 Uhr kannst du, hä? Bruder, ich hab die ganze Zeit Bock auf so eine Pizze, weißt du? Ich hab mir auch eine Pizze geknallt. Was lahmest du, wie er mir nachmacht? Was, ey. Nein, ich schwöre. Der Junge, wie er mir nachmachen will. Ja, echt? Das war schon vor einer Woche. Ja, Junge, du hast früher mir nachgemacht, meine Idee. Ja, ich hab dich schon vorher gesehen, ne? Ja, juhu. Ich kann Gedanken lesen, Jani. Oh mein goodness. Okay, heide, Bruder. Dankeschön für die, äh... Ciao, ciao. Information, heide, ciao, ciao. Chat, ich darf. Ich darf, let's go. Let's go, baby! Ufff. Ufff. Okay, Chat, ich glaub, die zocken nur noch FIFA, ne? Ich werd' jetzt, ähm... In Icon gehen. Wir werden uns Icon angucken. Ist auch grad live. Ich will's mir noch nicht. Ich geh jetzt hier rein. Icon Chat. Icon 6, Folge 2. Kurz vorab. Ja, ich hab gesehen. Es wurden viele Clips gemacht und auch das Video. Viele waren so ein bisschen genervt davon, dass ich vieles gehatet hab. Ich werd' heute versuchen, ein bisschen korrechter zu sein. Und nicht immer so negativ eingestellt zu sein, okay? Ich seh' das ein. Ich hab' so... Sonst bin ich eigentlich ein bisschen korrekter. Das stimmt. Vielleicht war ich auch ein bisschen... Genervt an dem Tag. Aber... Musik ist Geschmackssache. Und wenn mir was nicht gefällt, dann muss ich das leider sagen. Tut mir leid. Wir gehen rein. Let's go. Icon 6, Episode 2. Respekt, wem Respekt gebührt. Musik Wer ist mein Favourite? Boah, da waren viele Gute dabei, ja? Wer war so mein Favourite? Schwer, schwer. Ich hab' grad... Ich find' Kali krass. Ähm... Da waren viele Gute dabei. Ich weiß grad' gar nicht, wer mein Favourite ist. Ich find' Dani cool. Aber ich glaub' Dani ist so'n Reinkacker, ne? Ich hab' gesehen, der hat irgendwen gedisst letztens. Ich guck' auf TikTok, der hat irgendwen in Kommentare gefrontet. Mmmmm... Musik Alikatir ist nicht mein Favourite, aber der ist krass. Ja, 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 es geht um... Wer war noch mal mein Favourite? Ach, die haben Sound jetzt an? Okay, sorry, sorry, kurze Unterbrechung. Wir gehen wieder zu Jordan und Sammy. Ja, 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 ja. Arrhoi , ist denn der ganze Bildschirm, ne? Warte, warte, warte! Mach mal an. Ich kann nichts. War sie gar nichts. Hey, okay. Vasi, du darfst mal nicht gegen den Profi gesmam. Mach mal einer den Sound an, Chat. War der gerade an? Ich muss mal hier ein bisschen Tor machen. Gib mal ein Hotchip. Was? Was kam das? Gib mal, Zimmer. Die sind alle Stammpass. Wie hättest du den eigentlich? Genau, ich hätt den. Genau, ich hätt den Pippi-Fuckstacken. Einer muss Leck-Meine-Eier 2 machen. Da sag ich, sieh, du Leck-Meine-Eier. Sehr schön, sehr schön. Ich kann den Ball nicht erkennen. Hier sind 50 Spinner auf dem Bildschirm. Ich war damals E-Sportler, ne? Jetzt. Leck-Meine-Eier 2. Wir machen halt. Komm, 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 komm. Oh mein Gott, aber starke Abwehr. Mein Name ist Frank Fuschmann und Moni Bräugmann. Die Komplikatorien ist vertraut. Weil der München hat gerade einen Absturz. Hier hängt alles, alles hängt, alles hängt. Ich seh nichts. Chat, das war klar. Comeback-Streamer. Man, das ist doch. Leck-Meine-Eier. Und was? Wer sagt denn sowas? Wer sagt denn, Leck-Meine-Eier? Oh, komm, komm. Das war der Falsche. Wo ist sie, du Leck, meine Eier? Das war gut, ne? Hast du den gesehen? Wirklich auch. So richtig behindert. Komm, komm, komm. Vorsicht. Der kommt jetzt. Wie renne ich, wie renne ich? Jetzt. Geradeaus, geradeaus mit dem Stick. Was? Ey. Bitte kein Abseits. Sieh, du spiel einfach hin. Sieh, du. Nein. Nein. Warum leckt das? Wo ist das? Ich guck, sein Gesicht. Ich guck mal, sein Gesicht. Ey, wo ist denn Internet so kacke? Das war gut geworden, ja? Digga, Digga, warum bestätzt ihr denn Internet noch schlimmer als vorher, Bruder? Du kennst das ja seit zwei Minuten. Haha. Sieh, du, meine Eier. Was spenden die da für's Hausten? Wer sagt denn sowas? Das ist der Chat. Wie kann man das sagen? Wie sehen die aus, deine Eier? Wie sehen die aus? Du hast Haare an den Eiern, ne? Du hast richtig lange Haare an den Eiern, ne? Was schläutzt du, wenn du dir die immer rausgehst? Jo, von wo kommt das? Du hast richtig lange Haare? Jungs, seid aufschillt. Das ist zu viel jetzt. Das ist jetzt zu viel. Das ist zu viel schon. Reicht, 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 Jungs, reicht. Du hast deine Achsehaare noch nicht gesehen. Der Arme, Chat. Schmuck, ich konnte ja. Reicht, reicht. Arjo, nimm den raus, lieber. Arjo, nimm den raus. Lass nur den normalen drin. Wer sagt denn sowas? Ja, das ist Bayern, das liegt am Bayern. Du kannst das gar nicht. Ich schwöre, das ist ja nicht schlecht. Und du wirst selber sagen können, danach Jordan ist besser am FIFA. Das liegt an dieser scheiß Mann. Digga, wie random, Chat. Wer sagt denn sowas? Leck meine Aar. Wer, ich? Jetzt, 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 lauf! Was kriege ich, wenn ich mit Torwart ein Tor schieße? Dann ess ich einen Hotchip. Wie willst du das essen? Wieso bin ich so kacke, aber... Reicht, ich kann mich gar nicht freuen. Ich will mich für's Dino freuen, Mann. Ich schwöre, du spielst so ernst. Ich schwöre, der kann das gar nicht. Der kann das nicht, ne? Geisteskranker Soundchat. Junge, ja. Ich geb das für den Junge. Komm bald wieder. Digga, leck meine Eier ist sogar noch drinnen. Aber das kannst du auch drinnen lassen. Der ist okay. Einer schreibt, Hamed ist im Studio. Er denkt, der Sound ist real. Er denkt, ich sag das achtmal. Hamed da, wo der halbe... Nochmal, 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 nochmal. Ich muss kurz demnach, ist mir egal, ja? Du kannst ja gar nichts, Alter, du kannst das gar nicht. Ey, 13 Minuten, noch 15 Minuten. Du führst nur 2-0. Hamed hat einen Dick, der ist stark.